München, New York, San Francisco und Peking. In fünf Tagen einmal um die ganze Welt. Das ist der BMW World Flight. In enger Zusammenarbeit von Lufthansa Cargo und dem Team der BMW Group wurde eine außergewöhnliche Idee zur Realität. Eine Fahrzeugpräsentation auf drei Kontinenten. In einem Showroom der Superlative. Im effizientesten Frachtflugzeug seiner Klasse. Der zweistrahligen Boeing 777F. So präsentiert die BMW Group ihr neues Technologie-Flaggschiff. Den BMW Vision E-Next. Doch von Anfang an. Puchheim bei München. Probeaufbau. Noch 14 Tage bis zum Abflug. Alexander Bilgari, verantwortlich für die Unternehmens- und Produktkommunikation, beschreibt die Situation vor Ort. Manchmal hat man den Eindruck, das ist hier alles gerade im Vorfeld so ein bisschen wie ein Computerspiel. Man bewegt sich von Level 1, 2, 3 immer weiter und auf einmal sieht man, dass das nicht Skizzenblock und Scribble ist, sondern dass da reale Menschen dahinter stehen. Ganz schön viele sogar. Über 120 Menschen arbeiten an diesem Projekt. Da das echte Flugzeug nur für einen kurzen Zeitraum aus dem regulären Linienverkehr gezogen werden kann, haben die Messebauer den Flugzeugrumpf in der Puchheimer Halle 1 zu 1 nachgebaut. So präzise wie möglich entsteht darin der Showroom, der in nur 14 Tagen in der echten Boeing glänzen soll. Parallel dazu stellen die Bühnentechniker, Projektoren und Co. im Flugzeugdummy auf. Der Nachbau des Innenraums einer Boeing 777F ist auch für Bauleiter Konrad Fischer eine Premiere. Baulich ist es natürlich sehr anspruchsvoll, da wir hier mit keiner Standardware arbeiten können. Sprich, wir haben hier ganz viele individuell gefertigte Detaillösungen kreieren müssen, da hier nichts gerade ist und alles eigentlich dreidimensional in jede Richtung verzogen ist. Und das ist eigentlich die Challenge, die wir uns gestellt haben. In diesem exklusiven Closed-Room-Konzept erleben die Gäste die Inszenierung des Visionsfahrzeugs. Doch warum die Verbindung von Fahrzeug und Flugzeug? Weil die Menschen ja durchaus immer ein Problem haben, wenn sie denken, dass ein Auto kommt, ihre Kinder abholt und irgendwie eine Maschine einen irgendwo hinwacht. Und in dieser Diskussion haben wir gesagt, wieso Menschen erleben autonom sehr häufig, nämlich dann, wenn sie sich in ein Flugzeug setzen. Denn Flugzeuge fliegen lange Strecken mit Autopiloten und ganz ohne den Eingriff des Menschen. Stück für Stück bauen die Experten die Präsentationsfläche auf speziell umgebaute Cargo-Paletten. Nach 42 Tagen Arbeit ist der Probeaufbau fertig. Mitarbeiter der BMW Group und Lufthansa Cargo sehen endlich live, woran sie in den letzten neun Monaten so hart gearbeitet haben. Trotz aller Anspannung steigt die Vorfreude beim gesamten Team. Alexander Bilgeri ist optimistisch. Und jetzt gilt es nur noch, die Daumen zu drücken, dass alles läuft. Dass wir in die Städte reinkommen, dass die Menschen dann reinkommen, dass wir präsentieren können. Und dass es das gleiche tolle Gefühl auslöst, wie hier jetzt so, hier in der Halle, dass jetzt schon die Spannung steigt. Am liebsten gehe ich jetzt gleich mal zu einem Kollegen und sage, warum fliehen wir nicht morgen schon los? Nur noch drei Tage bis zum Abflug. Den Showroom, den die Messebauer in wochenlanger Kleinarbeit mühsam aufgebaut haben, müssen sie nun wieder in Einzelteile zerlegen. Jedes Bauteil hat seinen festen Platz auf einer bestimmten Palette. Jetzt darf nichts mehr verrutschen. Eine Beschädigung einzelner Teile wäre fatal. Spezial-Lkw transportieren die Cargo-Paletten von Puchheim zum Münchner Flughafen. Dem ersten Stop auf dem World Flight. Die Maschine ist bereits im Landeanflug, während die letzten Paletten an der Sicherheitskontrolle ankommen. Endlich ist sie da. Das erste Mal in der Lufthansa-Cargo-Geschichte landet eine Boeing 777F in München. Exklusiv für den World Flight. Ein Moment, auf den BMW und Lufthansa ein Dreivierteljahr hingefiebert haben. Alle Beteiligten sind angespannt. Jetzt geht es wirklich los. Ein Schlepper zirkelt die über 60 Meter lange Maschine mit dem Namen Hallo Germany zentimetergenau in den Hangar. Die Aufbau-Crew kann den engen Zeitplan nur einhalten, wenn das Flugzeug auf der perfekten Parkposition steht. Für Projektleiter Ingo Wirth ein echter Meilenstein. Es ist ein unglaubliches Gefühl und wir hatten gestern einen ganz besonderen Moment, als die Maschine gelandet ist und das große Hangartor hier geöffnet wurde, um die Maschine dann hier auch rein zu pushen sozusagen. Es war unglaublich. Also das war wirklich so, jetzt geht es los. Jetzt hat man fast ein ganzes Jahr darauf hingearbeitet. Und wenn man die Maschine dann das erste Mal hier auf dem Vorfeld sieht und weiß, jetzt muss noch der Einbau passieren und dann kann es eigentlich losgehen. Der Einbau hat es in sich. Als erstes laden die Lufthansa-Spezialisten die Frachtpaletten, die gerade aus Puchheim angekommen sind, in den Flugzeugrumpf. Dabei kommt es auf die richtige Reihenfolge an. Wie bei einem Puzzle ist Präzision gefragt. Alles muss ineinander greifen. Passt der Showroom in die Hallo Germany? Die Sorge quält die Messebauer bis zur letzten Sekunde. Denn anders als der Nachbau dehnt sich ein Flugzeug durch die Druckverhältnisse in großer Höhe aus. Bei einem so präzisen Aufbau zählt jeder Millimeter. Dann die Überraschung. Das Flugzeug ist tatsächlich einige Zentimeter größer als noch vor ein paar Wochen. Aber die Crew hat alles im Griff. Die Außenhülle erhält innerhalb von 24 Stunden ein Sonderdesign. Das sogenannte Voroneu-Muster. Das Design begleitet die gesamte Fahrzeuginszenierung. Währenddessen laufen im Flugzeugrumpf die Arbeiten auf Hochtouren. Nur noch ein Tag, bis es losgeht. Die Techniker verlegen mehr als 7,5 Kilometer Kabel. Sie verbauen 78.000 LEDs in 165 Videomodulen und 10 besonders lichtstarke Projektoren. Loadmaster José Duarte Fuentes ist begeistert. Von der Version der Paletten im Maindeck, das haben wir als Lufthansa Cargo noch nie gemacht. Das ist eine zwar von Boeing veröffentlichte Version. Ich habe aber weltweit noch nie davon gehört, dass das überhaupt schon mal so geflogen wurde, die Konstellation im Maindeck. Ja, es ist immer spannend. Also guckt rein, ja. Also das ist, wer macht sowas? Die Lufthansa Cargo und die BMW Group machen sowas. Denn ein besonderes Fahrzeug verdient auch eine besondere Präsentation. Im Flugzeuginneren bringen Experten nun den BMW Vision E-Next in Position. Ein besonderes Highlight, die Drehscheibe. Sie ist ein Unikat, denn sie ist die einzige weltweit, die Techniker für den Transport in der Luft zusammenklappen können. Das Projektteam hat sich intensiv mit den hohen Sicherheitsauflagen von Flugzeug und Flughäfen beschäftigt. Wir sind natürlich an vier internationalen Großflughäfen unterwegs, die alle sehr, sehr strenge Sicherheitsauflagen haben. Denen müssen wir natürlich gerecht werden. Und hier in München war die Besonderheit, dass wir nicht nur 24 Stunden vor Ort sind, sondern auch noch zwei zusätzliche Tage den Flieger hier stehen haben, weil der gesamte Einbau natürlich hier stattfindet. Und das bedeutet, dass hier deutlich mehr Leute aufs Vorfeld bzw. hier in den Hangar müssen. In nur zwei Tagen hat die Aufbaucrew im Hangar die Frachtmaschine in einen Showroom verwandelt. Noch fünf Stunden bis zum Event. In den frühen Morgenstunden zieht ein Schlepper die Boeing aus dem Hangar und bringt sie auf einen ganz besonderen Parkplatz. Die sogenannte Staatsposition. Sonst stehen hier Regierungsmaschinen. BMW und die Lufthansa haben es möglich gemacht, dass die Hallo Germany auf diesem prominenten Platz stehen darf. Der World Flight beginnt in München, dem Sitz der BMW Group. Während in der Pre-Boarding Area die ersten Journalisten ankommen, läuft im Flugzeug noch die Generalprobe. In der Pre-Boarding Area bekommen die Medienvertreter ihre Akkreditierungen. Aus Sicherheitsgründen darf immer nur eine Gruppe mit maximal 20 Journalisten auf das Vorfeld. Mit dem Airport Shuttle geht's jetzt zur Hallo Germany. Hier begrüßt Klaus Fröhlich, Vorstand Entwicklung, die Journalisten. Die sind schon ganz gespannt. Den BMW Vision E-Next hat vor ihnen noch nie jemand gesehen. Fotografieren strengstens verboten. Bewaffnet mit Zettel und Stift verfolgen sie die Präsentation. Willkommen zur Weltflug. Die geballte Technik sorgt im Innenraum der Boeing für eine Vorstellung, die alle Sinne anspricht. Und jetzt, meine Damen und Herren, bitte sharpenen Sie die Szenen und genießen und genießen. Unsere Vision von Fusion Mobility will starten jetzt. Willkommen in deinem Favoriten Raum. Der BMW Vision E-Next. Jetzt haben die Journalisten zum ersten Mal die Weltflug. Das erste Mal die Gelegenheit, das neue Visionsfahrzeug zu erleben. Der Leiter von BMW E-Design, Domagoj Duketsch, fasst zusammen. Es ist bloß jetzt spannend, das Auto jetzt in einer sehr ungewöhnlichen Präsentationshalle zu sehen. Natürlich gibt es manchmal auch Closedrooms, die sind auch recht eng. Aber im Flugzeug haben wir das noch nie gemacht. Das ist schon besonders, das Auto ist ja nicht ein kleines Auto. So was erlebt man höchstwahrscheinlich nur einmal. Auch werden höchstwahrscheinlich jetzt nicht Leute anfangen zu kopieren. Insofern sind alle Leute, die dabei sind, sehr aufgeregt und froh, so was erleben zu können. Anschließend bleibt noch Zeit für Fragen in der BMW E-Next Lounge. Die Präsentation in München, dem ersten von vier Stops, war ein voller Erfolg. Alles hat reibungslos geklappt. Doch es bleibt keine Zeit zum Ausruhen. Den Bühnentechnikern bleiben gerade mal vier Stunden, um alles wieder abzubauen und flugfertig zu machen. Der Abflug ist für 23 Uhr geplant. In München herrscht ein Nachtflugverbot. Wenn der Flieger jetzt nicht rechtzeitig vor Mitternacht abhebt, wäre der gesamte World Flight in Gefahr. Dann endlich die Startfreigabe für Startbahn Nord. Ziel JFK. Ready for takeoff. New York. Regen. Nach über 4000 Flugmeilen ist die Boeing 777F am Flughafen JFK gelandet. Die Aufbaucrew hat jetzt nur acht Stunden Zeit, bis die ersten Gäste kommen. Erstmal muss das Team checken, ob noch alles an Ort und Stelle ist. Schließlich war es die erste Reise des fliegenden Showrooms. Doch die präzise Vorarbeit hat sich gelohnt. Die wertvolle Ladung ist unversehrt. Die Maschine steht am JFK in einem ehemaligen Enteisungszelt. An diesem Tag genau die richtige Wahl. Denn obwohl draußen Ausläufer von Hurricane Florence toben, kommen die Journalisten sicher und trocken am Flugzeug an. Der Leiter von BMW Group Design, Adrian van Heudonk, präsentiert den Vertretern renommierter Medien den BMW Vision e-Next. Der BMW Vision e-Next steht sinnbildlich für den Aufbruch in ein neues Zeitalter der Freude am Fahren. Hochautomatisiert, emissionsfrei und vollvernetzt, integriert er erstmals die strategischen Innovationsfelder der BMW Group in einem Visionsfahrzeug. Das sind autonomes Fahren, Connectivity, Elektrifizierung und Services. Die sogenannten ACES plus Design. Das Interieur ist inspiriert von Boutique-Hotels. Es ist nicht wie alles, was ihr in dem Auto-Design gesehen habt, sondern es ist eher wie ein Wohnraum. Und das ist, wo wir unsere Kunden wirklich lieben wollen, die Zeit, die sie dort spenden. My Favorite Space. Ein modern eingerichteter Raum zum Wohlfühlen. Auf vier Rädern. Der BMW Vision e-Next ist auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten. Einzigartig ist die sogenannte Sky-Tech-Technologie. Sie verwandelt unscheinbare Oberflächen in einen außergewöhnlichen Touchscreen und gibt dem Interieur ein ganz besonderes Flair. Doch für Entspannung bleibt dem Team keine Zeit. Nur vier Stunden nach der letzten Präsentation hebt die Boeing wieder ab. Nächster Stop. San Francisco. Auf dem Flughafen SFO rollt die Hallo Germany in ein für Cargo-Flugzeuge bekanntes Territorium. Den Frachtbereich. Wie im regulären Cargo-Betrieb darf die Maschine hier zwischen Frachtgütern aller Art parken. Der Aufbau in der Boeing ist mittlerweile Routine. Der Golden State Kalifornien empfängt die Journalisten mit strahlendem Sonnenschein. San Francisco ist der dritte Stop des World Flights. Diese Station ist besonders wichtig für die Präsentation des BMW Vision e-Next. Wegen seiner Nähe zum Silicon Valley. Einem der bedeutendsten IT- und Hightech-Standorte der Welt. Während die Tech-Journalisten den Cargo-Bereich verlassen, ist die Abbau-Crew schon wieder am Werk. Das Team ist mittlerweile perfekt auf den minutiösen Zeitplan eingespielt. Alle sind überpünktlich startklar. Die kommende Route von San Francisco über den Pazifik ist auch für den First Officer Benjamin Ketziora außergewöhnlich. Ich freue mich tatsächlich auf die Route von San Francisco nach Peking, wo wir eine Gegend befliegen, wo ich sonst nicht hinkomme. Wir fliegen natürlich immer mal wieder besondere Güter durch die Gegend. Vom Panda, also von Tieren bis hin zu Autos tatsächlich. Aber in der Gesamtheit so ein besonderes Projekt mit einem Messeteam, mit einem großen Kommunikationsteam, mit sogar einem Messestand hinten im Flugzeug. Das habe ich in der Form noch nicht gemacht. Jetzt nur noch die Wetterlage checken? Dann kann es losgehen. Ein langer Flug über die Datumsgrenze steht bevor. Destination Beijing. Auf geht's nach China. Nach zwölfeinhalb Stunden Flug landet die 777F in Peking. Hier geht's auf direktem Weg in den größten, freischwebenden Hangar Asiens. Die besondere Herausforderung bei der Planung? Über 100 Gäste müssen in den Sicherheitsbereich des chinesischen Hauptstadtflughafens. Unglaublich. Unglaublich. Es ist eine verrückte Idee, ehrlich gesagt. Das Projektteam macht die verrückte Idee durch einen Kniff wahr. Sobald die Hangartore geschlossen sind, steht die Maschine auf der Landside, also nicht mehr auf dem Flughafengelände. Jetzt können die Journalisten kommen. China ist einer der wichtigsten Märkte für den zukünftigen BMW i-Next. Neben den deutschen Werken der BMW Group ist China eine der größten Produktionsstandorte. Die letzte Station des eigentlichen World Flights ist beendet. Projektleiter Benedikt Thorka resümiert. Ich bin happy. Ich bin richtig glücklich. Und ich glaube, der Großteil des Teams, bei denen fällt jetzt auch wirklich ein Stein von Herzen, dass alles so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Klar, gleich steht noch der Rückflug an, die Rücküberführung zurück nach Frankfurt. Dort findet dann der Ausbau vom ganzen Equipment statt. Aber dass wir es wirklich geschafft haben, an allen vier Destinationen jeweils in kompletter Anzahl die Gruppen durchzuschleusen, das ist wirklich ein tolles Gefühl. Und wir freuen uns einfach, dass es so funktioniert hat und sind sehr dankbar. Zurück in Frankfurt. Nach seiner fünftägigen Weltumrundung muss der fliegende Showroom nun wieder raus. Keine zwölf Stunden nach der Landung geht die Hallo Germany wieder in den regulären Cargo-Dienst über. Weiterhin mit der Sonderbeklebung. Nicht nur die Hallo Germany fliegt weiter. Auch der BMW Vision eNext hat noch eine Reise vor sich. Auf die internationale Autoshow 2018 in Los Angeles. Vom Flughafen geht es direkt zur Event-Location. Hier feiert der BMW Vision eNext seine Weltpremiere und fährt autonom. Der BMW Vision eNext hat auf dem World Flight in zahlreichen Medien viel Aufmerksamkeit bekommen. Auch in den eigenen Reihen war der World Flight ein voller Erfolg. Vorstand Klaus Fröhlich fasst zusammen. In weniger als fünf Tagen einmal um die ganze Welt fliegen und dort immer ein so innovatives Projekt wie dem BMW eNext vorzustellen, ist was ganz Besonderes. Es ist wie eine Druckbetankung, weil die verschiedenen Sichtweisen in diesen Regionen oder Meinungen habe ich aufgenommen und sind mir auch eine wertvolle Hilfe bei der Weiterentwicklung des Produktes. Und für mich noch etwas Besonderes als Vielflieger, einmal über die Datumsgrenze zu fliegen, war für mich auch etwas nicht Alltägliches. And the show goes on. Weiter geht es für den BMW Vision eNext auf die CES in Las Vegas. Hier haben die Besucher der Consumer Electronics Show das erste Mal die Möglichkeit, virtuell mit dem Visionsfahrzeug zu fahren. Für beide Unternehmen war dieses Mammutprojekt eine Weltpremiere. Lufthansa Cargo-Vorstand Peter Gerber blickt zurück. Wir haben begleiten können, wie Transport Next Level stattfinden kann. Ich glaube, was uns da verbindet, ist ganz klar. Erstens das Streben nach Innovation, also Innovation im Sinne auch von Marktführerschaft, hier die Ersten zu sein, jeweils in der Branche. Zweitens die Liebe zur Ingenieurskunst und zum Produkt. Das heißt also, das zu machen, was man machen kann und das möglichst perfekt zu machen. Perfekter, als es jemand anders kann. Ich glaube, das kommt hier zusammen. Und natürlich drittens hat es auch ein bisschen was mit Made in Germany zu tun. Nur durch die Zusammenarbeit beider Unternehmen konnte dieses einzigartige Großprojekt umgesetzt werden. Ein Ausblick der BMW Group auf die Zukunft der Mobilität. Im größten zweistrahligen Frachtflugzeug der Welt.